Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV News. Letzte Woche komplett ausgefallen. Es gab einfach nichts zu berichten. Wir sind extra noch am Sonntag früh aufgestanden, haben nochmal geguckt. Wir haben noch nichts gefunden, aber diese Woche haben wir dann einige Themen hier zusammengesucht und deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt durch. Geht's los mit PDP Software? Denn hier gab's was Neues über den Leitstellen-Semulator. Nach einem ausführlichen Beta-Test zusammen mit euch findet am 21.05.2020 der offizielle Release des Leitstellen-Simulators statt. Preis liegt hier bei 19,99 Euro. Der Busbetriebssimulator BBS wird nicht benötigt. Ihr benötigt lediglich OMC 2. Wer den BBS dennoch hat, zahlt nur 14,99 Euro. Der Vorverkauf startet in Kürze. Vielen Dank für eure zahlreichen Feedback während der exklusiven Beta. Wir haben viele Wünsche von euch umgesetzt und präsentieren euch zum offiziellen Release folgende Neuerungen. In die Karte der Leitstellenleiter können nun die Routen der Fahrer eingeblendet werden, sodass ihr nachvollziehen könnt, wohin die Spieler Fahrerinnen werden und Kontrolleure besser planen könnt. Neues Freundschaftssystem. Verbindet euch mit euren Freunden und seht, gegenseitig an welchen Leitstellenfahrten ihr teilnehmt. Neue Ereignisse, die während einer Leitstellenfahrt zufällig auftreten können. Defekte am Bus können nun an die Leitstelle gemeldet werden. Die Leitstellenleiter bekommen eine Funktion, um eure Meldung ins System einzutragen, damit der Bus nach eurer Fahrt überprüft und gegebenenfalls repariert werden kann. Mute-All-Funktion für den Voice-Chat. Leitstellenleiter können auf der Karte zu gewünschten Haltestellen springen. Multilinguale Leitstellenfahrten zu jeder Leitstellenfahrt kann angegeben werden, ob auch englisch gesprochen geschrieben wird. Ersteller von Leitstellenfahrten ohne Verknüpfung mit einem BBS-Betrieb erhalten 33% des Gewinns auf ihrem Multiplayer-Konto. Das alles ist in dem neuen großen Update, der mit drin ist. Wie gesagt, der offizielle Release ist hier am 21.05.2020. Wir bleiben bei OMSI und gucken uns das OMSI Erdorne Düsseldorf an. Auch hier gibt es wieder Neuigkeiten, nämlich ein neues großes Update. Und zwar wird die M3 mit neuen Fahrplan 2020 ausgestattet. Die M3 mit neuen Kursumlauf zwischen Kirschplatz am Seestern in den frühen Morgenstunden. M3 wird nun auch an den DFI korrekt angezeigt. Des Weiteren bekommt der Bus auch neue Updates, unter anderem die Warnblinker, Leuchtmelder sind nun korrekt. Mitteltür öffnet nun etwas weiter. Türen öffnen nun auch bei schlechter Performance problemlos. Feststellbremsen nun korrekt animiert. Mondtextur, Fahrerkabine angepasst. Solaris-Logo vorn, neue Textur. Logo hinten nun korrekterweise deaktiviert und wird mit Logo vorn aktiviert. Halterstellenschlaufen hinten nun korrekt. Stoppanzeiger hinten wird nun angezeigt. Texturrampe und Wechsler angepasst. Almex, Materialeinstellung angepasst. Anpassung am VDV2 und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch natürlich alles auf Facebook komplett nachlesen. Oder aber auch bei Steam. Denn dort stehen nämlich die News eigentlich in der Regel auch immer komplett mit drin. Wenn es hier bei OMC ein Update gab. Also wenn ihr euch dafür interessiert. Denn wie gesagt, guckt da mal rein. Da ist nämlich noch eine ganze Latte passiert. Auf jeden Fall in dem neuen Update. Springen wir zu Bad Hügelsdorf 2020. Wird es jetzt kommende Woche erscheinen soll. Und hier hat man zwei Videos veröffentlicht. Unter anderem die Linie 314 im OMC 2 ED in Bad Hügelsdorf. Verkehr zwischen dem Stadttheater in Bad Hügelsdorf. Und fährt auf ihrem Weg in Richtung Großweiher auch das Albert-Einstein-Gymnasium in Mühl an. Wodurch sich zu Stoßzeiten Gelenkbusse lohnen können. Normalerweise sind aber Solo-Busse ausreichend, um vor allem Touristen an Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Lahnheit, das Waldkloster oder auch das Landwirtschaftsmuseum zu bringen. Es gibt noch ein weiteres Video, was hier eine Nachtlinie zeigt. Aber wie gesagt, schaut euch das Ganze an. Ich packe euch die Links unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch diese Videos vollständig mal angucken. Und ja, der Release, wie gesagt, ist jetzt folgende Woche, die jetzt kommt. OMSI 2 Duisburg hat auch wieder ein paar Bilder veröffentlicht. So ihr Lieben, wie versprochen dürft ihr wieder Einblicke in unseren aktuellen Baustand haben. Aktuell sind wir an den Straßen im Höschegrund, Graf Spehstraße, Quadestraße, Schlehenweg, Am-Sittert, Ungelsheimer Straße. Und wir sind in der letzten Zeit gut vorangekommen in Sachen Performance, KI und so weiter. Und ein kleiner Tipp hier noch, auf unser Wahrzeichen TT bleibt weiterhin freie Sicht. Es gibt, wie gesagt, noch weitere Bilder. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die Seite ist direkt auf Facebook. Und dort könnt ihr euch diese Bilder dementsprechend mal anschauen. Schon einige Tage alt, aber eine weitere British Map ist veröffentlicht worden. Oder nicht eine British Map, eine schottische Karte. Stredshire, so nennt sie sich, ist die erste schottische Karte auf dem Festland für OMSI 2. Shatron. Die Hauptstadt der Region wurde in den 1860er Jahren durch einen von der industriellen Revolution und der Eisenbahn getriebenen Tourismusboom bekannt. Stredshire hat ungefähr 120.000 Einwohner, aber die Region zieht jedes Jahr viele Besucher an, von denen die meisten wegen der geschäftigen Märkte und des berühmten Nachtlebens nach Stredshorn strömen. Das Ganze findet ihr auf Fellow Films auf der Internetseite. Da könnt ihr euch diese Karte runterladen. Ihr müsst euch allerdings vorher registrieren, um dort natürlich diese ganzen Sachen donoen zu können. Auch Rota zeigt mal wieder neues Bild. Neue Straßenbahn für OMSI 2, ob als KI oder zum Selbstfahren, wurde noch nicht ganz geklärt. Es gibt weitere Bilder vom Innenraum und Cockpit, die sehr ausgestaltet wurden. Von daher gehen wir aus, dass wir bald selbst mit der Tram fahren dürfen. Wann Rota erscheint, ist leider noch nicht bekannt. Sobald es neue Infos gibt, erfahrt ihr es bei uns selbstverständlich. Die Links packe ich euch wieder auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Machen wir mal zur OMSI 2 weiterhin. Neue Infos für die OMSI Community. Leider wurde das offizielle OMSI 2 Forum zum 1.05.2020 teilweise geschlossen. Doch es gibt bereits eine Alternative. Das OMSI Webdisk Forum wird schon seit rund sieben Jahren existiert, hat sich zu einer bekannten OMSI Plattform entwickelt, die es zu fördern gilt. Damit die zukünftigen erhöhten Zugriffszahlen gemeistert werden können, wurden die Serverkapazitäten seit dem letzten Wochenende deutlich erhöht. Aerosoft freut sich, die Betreiber unterstützen zu können und der OMSI 2 Community ein neues Zuhause zu geben. Natürlich mit kompletten Support von uns und den Elon-Entwicklern. Also, Aerosoft greift hier stark unter die Arme. Finden wir eine super Sache von Aerosoft, dass das Ganze natürlich mit OMSI 2 hier selbstverständlich weitergeht. Auch wenn das offizielle Forum jetzt teilweise dicht ist, haben wir jetzt mit OMSI Webdisk, ich denke mal, eine gute, eine sehr gute Alternative. Wir bleiben beim Bus, aber nicht mehr bei OMSI. Und zwar ist jetzt diese Woche der Busmechanics Simulator erschienen. Im Busmechanics Simulator befindest du in der Rolle eines erfahrenen Schraubers. Hier heißt es Ärmel hochkrempeln, denn ich erwarte eine außergewöhnliche Herausforderung. In deiner eigenen Buswerkstatt nachgebaut nach einem Hamburger Vorbild kannst du auf vier Prüfstellen originalgetreue MAN-Busmodelle warten, reparieren, prüfen und ausbessern. Insgesamt gibt es das hier wohl 3600 Teile. Bei Steam sind eigentlich nur 2000 angegeben, aber Wizz Games hat uns dort ein bisschen korrigiert und das Ganze jetzt auf 3600 Teile erhöht. Wir haben drei verschiedene MAN-Busmodelle, wie wir hier schon sehen können. Ein Solo-Bus, also ein City-Bus, ein Gelenk-Bus und ein Doppeldecker-Eisern von MAN. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, bei uns in der Playlist hier auf YouTube findet ihr schon die ersten Videos dazu. Und ja, die Bewertungen sind eigentlich eher so durchwachsen. Da hätte man auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wenn man da noch diese kleinen Sachen ausbessert, vielleicht könnte der Busmechanik-Simulator sich da auch mal so ein bisschen aus der Schlinge rausziehen. Wir gehen zum Bus-Simulator rüber, den es für Playstation 4, Xbox One und den PC gibt, denn hier gibt es ein neues Update. Wir haben soeben die neuesten Updates für den Bus-Simulator 18 für PC, sowie den Bus-Simulator für PS4 und der Xbox One veröffentlicht. Die Updates enthalten eine Reihe von Bugfixes und allgemeine Spielverbesserungen. Patch-Lotins Update 14 für den PC, 2.19 für die PS4 und 1.405 für die Xbox One. Kleinere Korrekturen im DLC-Shop-System im Bus-Shop. Eine von der Community breit gestellte italienische Lokalisierung des Spiels wurde hinzugefügt. Diverse Optimierung der Synchronisationsbandbreite im Mehrspielermodus. UI-Spiegel werden beim Öffnen des Pausenmenüs nicht mehr zufällig ausgeblendet. Anpassungen im Einstellungsmenü zur Steuerung des Spiels werden jetzt wieder dauerhaft gespeichert und eine Reihe kleinerer Fehlerbehebungen und Spieleverbesserungen. Ich bin mal gespannt, ob es hier wirklich noch weitere DLCs geben wird, so wie man das ja nochmal so ein bisschen angesprochen hatte. Denn offiziell ist ja von der Seite vom Bus-Simulator ja eigentlich DLC-technisch alles zu Ende. Also das, was jetzt auf dem PC verfügbar war, ist jetzt auch für die Konsolen verfügbar und die kompletten DLCs. Ob jetzt noch neue DLCs kommen, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir schwenken rüber, wir gehen jetzt wieder auf die Schiene wieder zurück. Und zwar hat Train the World sein neues, ja, Elton veröffentlicht und zwar den LIR M3-Wagen. LIR M3-Wagen sind 85 Fuß, 26 Meter lang und aus Edelstahl hergestellt. Die Wagen laufen mit Gleichstrom aus LIRs Stromschienensystem und werden von 460 PS Fahrmotoren betrieben. Die auf General Steel GSI Drehgestellen fahren, die flexible Elektro-Triebwagen in verbundenen Paaren aus je zwei Wagen gebaut, fahren auf der LIR mit bis zu 80 Meilen pro Stunde, 120 Kilometer. Das Ganze kostet 13,90 Euro, ist aufs Team verfügbar, könnt ihr euch jetzt kaufen. Allerdings solltet ihr darauf aufpassen, ihr braucht die passende Strecke dazu, sonst könnt ihr diesen Zug nicht fahren. 3D-Zug gibt bekannt, dass jetzt zukünftig auch die Strecke Lake Constance auf 3D-Zug jetzt erhältlich ist. Dort könnt ihr das jetzt kaufen. Erkunden Sie die atemberaubende Seelinie mit der Strecke Lake Constance-Schaffhausen-Kreuzlingen von Rivet Games. Die Strecke Lake Constance-Schaffhausen-Kreuzlingen ist Teil der Schweizer Seelinie von Schaffhausen nach Rorschach, welche der Schweizer Teil der Zugstrecke um den Bohnensee Lake Constance und sich in der Region Thurgau befindet. Die Strecke beinhaltet den atemberaubenden Abschnitt von Kreuzlingen nach Schaffhausen. Alles weitere packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein, aber ihr müsst das Ganze jetzt nicht mehr irgendwo kaufen, sondern ihr könnt jetzt zu eurem Partner des Vertrauens gehen. 3D-Zug ist ja dafür eigentlich schon sehr bekannt. Für Top-Ware. Aber auch hier, GBE hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Zwar mit einem ganz kurzen Text und mit einem ganzen Bild. Hier steht einfach Work Still in Progress, die Vogelfluglinie mit dem Text Pfingsten darf gefahren werden. Also hier erwartet uns wohl in den nächsten Tagen, Wochen ein weiteres neues Add-on für den Train-Simulator. Die Vogelfluglinie erscheint dann damit und was das Ganze kostet, ist natürlich noch nicht bekannt. Wir rechnen wieder mit einem Preis von um die 15 Euro. Ja, die Qualität ist natürlich, muss man ein bisschen abwägen, aber wer sich für diese Strecke interessiert, ich glaube, der wird damit auch, denke ich mal, wieder Spaß haben. Sobald das Ganze erschienen ist, werden wir euch das dementsprechend natürlich wieder mitteilen, damit ihr wisst, wann es denn da ist. Und kommen wir zum Schluss nochmal, wird was Gutem. Der Aerosoft Publisher Sale ist aktuell am Laufen. Bis zum 18.05.2020 könnt ihr aufs Team ordentliche Rabatte nochmal sichern. Also sollte euch ein DEC-Film-Omsi fehlen oder ihr habt die ganze Zeit überlegt, ob ihr euch den Tourist-Bast-Umonator, den Fernbus-Umonator und sowas besorgen wollt, dann habt ihr jetzt vielleicht die Möglichkeit, da unten nochmal ein kleines Schnäppchen zu schlagen. Denn ja, schaut wie gesagt vorbei, bis 19 Uhr läuft das Ganze, dann könnt ihr dann nochmal, wie gesagt, ein paar Prozente sparen, wenn ihr da ein bisschen Geld ausgeben wollt. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer News angekommen. Das ist doch schon wieder was ganz anderes im Gegensatz zur letzten Woche. Aber wir müssen natürlich sagen, dass sowas immer mal wieder passieren kann. Wir können natürlich nie vorher sagen, ob es da news-technisch irgendwas gibt oder sowas. Wenn nichts kommt, dann könnt ihr einfach davon ausgehen, dass halt wirklich nichts da war. Ja, es ist natürlich für mich auch, also für mich selbst natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Ich würde gerne was berichten und dann gibt es nichts zu berichten. Das ist super ärgerlich. Ich rede doch immer so gerne, das wisst ihr doch. Je, aber jetzt haben wir fertig und bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart, dass ihr so lange noch dazu geschaut habt, zugehört habt. Lotus-Technik war jetzt auch nicht so viel los, außer dass halt letztes Wochenende, die sich mit einem Patch, dem Multiplayer so ein bisschen zerschossen hatten, die aber wieder relativ schnell gefixt hatten. Und deswegen war das halt auch nicht wirklich groß erwähnenswert gewesen. Die haben es halt wirklich schnell gefixt, das Problem, was sie sich da reingebaut haben. Also da muss man wirklich sagen, da war Lotus sehr, sehr schnell hinterher gewesen, dass das Ganze wieder klappt. Ja, und sonst war es das. Das war es. Das waren die News. Ich hoffe, wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Wochenende hier wieder zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV-News. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.